Come here, Riders. Random start. Riders, ready. Watch the game. Platz 4 hat Lara Silomund Klug in die Nose 6. Das ist Jana Schmidt, belegt im Moment den letzten Platz. Jetzt hat sie ihn abgegeben an die Lara und fährt an Position 4 vor. Vorne hat sich nichts getan. Carina Entlein vor von Jakim Mayer und Anna Denzler.